eine kaiserin hat das schloss eine kaiserin hat das schloss vor 300 jahren gebaut eine kaiserin hat das schloss vor 300 jahren gebaut hast du den panda im tiergarten gesehen der große saal sieht wunderschön aus die säle mit den bildern waren faszinierend ein kaiser wollte viele orangenbäume im garten haben viele im garten haben weißt du wie der panda im tiergarten heißt die säle waren total voll mit besuchern woher kommen die vielen besucher die vielen besucher die säle waren total voll mit besuchern hast du den neue neue großen saal gesehen ist es wahr dass das schloss 300 jahre alt ist das gespenst von einer berühmten kaiserin lebt im saal ist es wahr dass das schloss über 350 jahre alt ist es ist wahr dass das schloss über 350 jahre alt ist es war dass das schloss 300 jahre alt ist als ob es das schloss über 30 jahre alt ist knapp und dann semmert in Berlin das schloss über 40 jahre alt ist bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal bis zum nächsten mal und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020